Willkommen zurück zu Mad Max. Wir sind in der letzten Folge gestorben und ja, sehen wir wie es weiter geht. Ich hoffe wir spawnen jetzt nicht wieder allzu weit hinten auf dieser großigen Stelle wie beim letzten Mal. Ich hoffe wir können gleich weiter gegen die Fighten und ihr Jäger zerstören. Ja, ein Hinterhalt. Noch wer? So, wir haben es schon. Da waren es nur noch vier. Da kommen wir, du Kleiner, ne? Ja, Flat-Slack-Dunnel eigenen. So. So, da liegt er. Wooo. Soweit ja. Schlag auf ihn. Schlag auf ihn ein zerstören euch jetzt. so haben wir das auch hinter uns erst mal schnell was trinken ja wir fliegen gleich aus der bühne düne dünne wir nehmen uns noch eine waffe mit so wir sind unterwegs ja wir geben ja schon gas die arschgei haben auch autos wot der so der hat sich schon alleine rasiert ja okay die ober spezialisten für selbstmord so da bretter ich holter in die ecke ja so ich will eigentlich sein räumen ach hier wird es eigentlich fest ist das auto das machen wir ja machen wir so dann können wir weiter fahren was geht denn die kamera führung ich glaube diese mission war nicht für unser auto noch nicht für dieses jetzige auto ausgelegt ja ich fahr ja hier total besoffen liegt aber wahrscheinlich daran weil ich einfach raus will ja ach wir fahren eine ganz andere strecke ja erst mal auto reparieren ja aber muss ich sagen extrem cool gemacht auf jeden fall muss zwar nicht noch mal sein jetzt da durchzufahren aber ok 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 fahren wir zurück nach gestern ich meine wir können auch eigentlich eine schnellreise machen wenn ich jetzt wüsste wo die karte wäre da ja ähm gestern und jo wow und das war ein erlebnis das wir nicht so schnell vergessen werden es ist so aber ist w 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 A little accident... Empresto! A new contestant! What's your handle, ladyboy? One more thing. You need a partner. Someone cleared for fighting at the Gastown races. Ah. Not too many left to choose from. I'd hurry. Ah. Haha. Okay. 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 To become a wasteland. Let's go! 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 I think that's what will we do. Why can't I go on aaceship? So, let's do this. That's not the only way. Das liegt wahrscheinlich daran, weil das nur zu viel im franquigen Hochheitsgebiet ist. Ich glaube ja irgendwie so war das ja. Dass man sich nur in sein Hochheitsgebiet sofort bewegen kann. Wo man schon was freigespielt hat. Ja der Sandsturm beim Nusser Hotel jetzt an. So dass wir gar nichts, überhaupt gar nichts sehen. Und man ist also total laut. So für mich ist das ja ziemlich hoch. Ich weiß nicht wie das dann für euch bespricht dann. Aber es geht ja mal gar nicht viel an. Ja. In den nötigen Tunnel. Ja werden nötig machen. Ich war auf dem Strasse ja. Ja gut. Ja. Ich mache das jetzt mal. Also bevor wir da rein fahren. Auto reparieren wir nicht. Mach ich schon mal. Brauchst mal einfach zu lange. Bрамke. Da kann man sowieso nötig bis hin. Obwohl kann man sowieso nötig bis hin. wieder so ein wieder so ein Bullshit Bullshit Ach ne wir haben wir haben wir haben keine Munition und jetzt kann ich ja nicht mal rausfahren ach wir stecken hier in dieser scheiße fest wir werden das später machen es tut mir leid aber ich will erst Munition haben bevor ich da so eine kranke scheiße wie eben mag auch volles Wasser, volles Streben möchte ich ja gerne haben und dann können wir das von mir aus gerne machen gut dann ist unsere primäre Aufgabe jetzt ähm uns die Festung zu eigen machen also zum Aufwerten damit wir vielleicht auch diese neue Hubung mitbringen das neue Level jetzt können wir da noch nichts gegen ausrichten ähm Festung einnehmen werden wir auf jeden Fall machen und dann und dann geht die Story weiter aber jetzt sind wir einfach mit unserem Auto zu spart wenn wir noch ein bisschen aufbessern müssen dann geht's auf jeden Fall weiter in der Hauptstory von Mad Max was sind das heute für komische Legs das ist ja nicht schön sehr merkwürdig hm ja rechts war der Turm den Turm sehen wir einfach nicht wahrscheinlich ist er hier hinterm Hügel so die Schweinehunde wollen mich unbedingt aber da kann ich nichts machen ich wollte doch nicht die Reifen abreißen wow ja ja du brauchst gar nicht wieder vor uns fahren die Autos hören sich sehr gefährlich an schauen auch sehr gefährlich aus Aura das tut ihm noch weh wir fahren hier naja da habt ihr Angst gekriegt ne ihr Schweinehunde hier wo fahren wir in die Festung so also brauchen wir das wichtigste und das sind Modition wenn ich das jetzt finden würde ähm Modition jo das kann man natürlich auch mitnehmen aber Modition ist da viel wichtiger war das das hier Speertrupp ja der fährt sowieso irgendwie nie rum wo ist denn hier wo ist denn hier die Moditions Geschichte da leuchtet noch was da fehlen schon wieder die Effekte ah hier siehst ja Spiel mit dem Feuer ja aber na klar das ist wahrscheinlich diese Quest hier ja gut dann werden wir diese erst erledigen aber wir können unterwegs ähm war hier oben noch was mitnehmen missionstechnisch ja das Wasser das werden wir auf jeden Fall auch mitnehmen und erledigen damit wir gleich mehr oder weniger ja zwei fliegen so das war ja irgendwie am Arsch der Welt ja gut das haben wir aber letztes Mal schon angenommen nur nicht zu Ende gemacht wenn wir das jetzt anfangen und auch zu Ende bringen ja aber das werden wir in der nächsten Folge machen von Mad Max ich danke mir fürs zusehen euer Priest Ciao